Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur Signalverarbeitung. Heute wollen wir uns um den Aliasing-Effekt kümmern. Und nein, wir wollen natürlich nicht komplett alles ausholen. Wir wollen dem im Zusammenhang der Signalverarbeitung begegnen. Das heißt, wir wollen hier nicht über Anti-Aliasing-Techniken bei Bildern oder bei Spielen oder sowas reden, sondern wir wollen wirklich nur klären, warum existiert dieser Effekt überhaupt und was genau ist das. Bei Bildern kennt man den Aliasing-Effekt, glaube ich, eher. Vor allem die Gamer unter euch, die werden den kennen. Das ist zum Beispiel in Skyrim und ja, ohne Anti-Aliasing, also quasi mit Aliasing. Anti-Aliasing ist quasi gegen Aliasing, ja, deswegen Anti-Aliasing. Und da sieht der Aliasing-Effekt ungefähr so aus. Ekelhaft, oder? Das passiert einfach, weil wir nicht genug Pixel haben, wie wir gerade gesehen haben. Also wenn ich in jedes Bild reinzoome, dann kriege ich Aliasing irgendwann, weil ich einfach nicht genug reingezoomt habe. Und Anti-Aliasing macht dann im Endeffekt das hier, beziehungsweise das hier. Wenn wir zweifaches Anti-Aliasing haben, dann verschmiert das so ein kleines bisschen hier die Kante. Während wenn wir achtfaches Anti-Aliasing haben, dann verschmiert das die Kante ganz ordentlich. Und dann sieht das nicht mehr so nach Zacken aus, sondern einfach nach unscharf und matschig an der Seite. Und das ist das, was wir als schöner empfinden. Ja, das Ganze gibt es allerdings auch bei Audio. Und da sieht man das im Endeffekt auch, wenn die Sample-Rate zu niedrig ist. Also im Endeffekt bei Bildern ist die Sample-Rate ja Pixel. So, das heißt, wir haben zu wenig Pixel, also sehen wir das da. Bei Audio passiert das auch. Dort ist dann halt die Sample-Rate zu niedrig und wir bekommen das da. Lass mich das ganz kurz erklären. Und zwar, wir sehen hier, das ist ein Signal. Das ist quasi ein ganz periodisches, wunderschönes Signal. Das nehmen wir jetzt einfach mal so als gegeben hin. Wir wissen mittlerweile, Signale sind normalerweise nicht periodisch, aber wir nehmen das jetzt einfach mal hin. So, und wenn ich jetzt eine, naja, zu wenig Abtastungen habe, innerhalb meiner Dauer, dann passiert folgendes. Ich bekomme nicht hier irgendwie den Punkt, den Punkt, den Punkt, den Punkt, den Punkt, sondern wenn ich irgendwie zu wenig habe, also das hier ist meine Frequenz. Und wenn ich zu selten abtaste, dann bekomme ich eine eigene Welle. Und diese Welle hat offensichtlich eine andere Periode als diese schnellere Welle hier. So, und dadurch sehen wir, okay, es kommt einfach ein völlig anderer Ton bei raus. Und das ist halt wirklich ein Problem. Denn wenn ein völlig anderer Ton bei rauskommt, dann ist das Ganze natürlich, sagen wir mal, falsch. Und das wäre natürlich schade. Dementsprechend muss man da auch Anti-Aliasing betrachten, beziehungsweise man macht kein Anti-Aliasing, sondern man beachtet das Shannon'sche Abtasttheorem. Und das Shannon'sche Abtasttheorem ist eigentlich relativ gut, um dem Ganzen vorzubeugen. Das heißt, wir brauchen, also wir gucken uns jetzt mal ganz kurz das Theorem an. Und zwar, wir nehmen ein Signal X von T. Jetzt nehmen wir einfach mal im Kopf das Audiosignal, weil das ist einfacher als bei den Bildern. Da kann man das Ganze auch ein bisschen genauer festsetzen, sozusagen. Das heißt, wir tasten ein Signal X abhängig von der Zeit ab. So, ihr wisst mittlerweile, Signale sind einfach nur die Rackstöße. Das heißt, einfach nur eine Folge von Zahlen. Okay, und jetzt nehmen wir einfach mal die höchste Frequenzkomponente Fmax an. So, zu diesem Fmax kommen wir nachher noch. Das ist der große unbekannte Faktor erstmal, aber da kommen wir nachher noch drauf. Das ist ein rein mathematisches Theorem übrigens. Das heißt, es ist danach auch wirklich mathematisch sicher, dass wir hier nicht irgendwie plötzlich komische Effekte in unserem Ton drin bekommen. Und ja, wenn wir jetzt Aliasing vermeiden wollen, dann müssen wir mit einer Frequenz F0 abtasten, die mindestens zweimal Fmax ist. Eher häufiger. So, jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wie schon gesagt, was zur Hölle ist eigentlich Fmax? Und das wollen wir jetzt mal ganz kurz klären. Fmax bestimmt einfach, was für eine Frequenz wir da gerade maximal eben hören können. Also bei Audio zum Beispiel. Das bedeutet, wir haben eine, naja, männliche Stimme, deren Grundton bei 125 Hertz liegt. Das wird es dementsprechend nicht sein. Bei Frauen ist der Grundton ungefähr 250 Hertz. Und ja, das kann natürlich stark variieren. Also es gibt Männer mit einer tieferen Stimme, Männer mit einer höheren Stimme, Kinder haben eine andere Stimme und so weiter und so fort. Aber das sind ganz grobe Richtlinien, okay? Also Richtwerte. Aber das ist nur der Ton, den wir auch wirklich produzieren können. Das hat mit dem Hören erstmal nichts zu tun. Und darauf kommt es an. Wir wollen ja das aufgenommene Signal erstmal wieder hören. Aber übrigens an diesen Grundtönen, da orientiert sich zumindest die, nun ja, die Telefonfrequenz oder das Telefonabtast oder die Sample Rate beim Telefonieren richtet sich so ein kleines bisschen danach. Aber es geht beim Hören eigentlich noch sehr viel weiter. Denn wir können auch sicher Töne hören, die zum Beispiel künstlich erzeugt werden und sehr, sehr viel höher sind. Und die wollen wir natürlich auch in Signalen hören. Zum Beispiel Explosionen oder ein hohes Piepen oder solche Dinge eben. Das sind offensichtlich keine Sprache und Sprache ist da natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von. Dementsprechend hier eine kleine Grafik dazu. Wir können sehr, sehr viel mehr sprechen. Das heißt, wir können im Endeffekt wirklich hier, also hier unten steht die Frequenz in Kilohertz. Das heißt, wir sprechen von 0,2 oder ein bisschen weniger, sogar 125 Hertz ungefähr sprechen wir bis hin zu, naja, teilweise sogar 5 Kilohertz. Das ist das, was wir von Sprache wahrnehmen können. Also wirklich nur Sprache wahrnehmen. Ja, Sprache kann ja auch nochmal gepitcht werden, also höher gestellt und tiefer gestellt werden. Bei Musik liegt das Ganze nochmal ein bisschen weiter. Das heißt, wir sind hier bei, oh, da fehlt eine Null, glaube ich, in der Grafik. Aber auf jeden Fall bis fast 10 Kilohertz können wir Musik hören und nach unten hin sehr viel mehr. Aber es kommt ja auf die obere Frequenz an. So, und dann sehe ich hier oben übrigens auch die Schmerzgrenze bei Dezibel. 1,5 Dezibel ist die Lautstärke, also je nachdem ist natürlich auch ein Ton hörbar, wenn es eine gewisse Lautstärke hat. Während wenn der Ton sehr leise ist, dann können wir ihn sehr viel schlechter hören, wenn er sehr tief ist oder sehr hoch ist. Aber wir können diese Frequenz hier offensichtlich am besten hören eigentlich, weil hier hören wir auch die leisesten Töne. So, aber das ist eine Wissenschaft für sich, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Was hier wirklich relevant ist, ist das Ding hier. Da sehen wir, wir sind ungefähr bei 20 Kilohertz. Das ist der höchste Ton, den wir hören können. Bei Kindern ist das übrigens noch sehr viel ausgeprägter als bei Erwachsenen. Das heißt, Kinder können höhere Töne hören als Erwachsene, bei denen funktioniert das einfach nicht mehr. Das heißt, hohe Töne, also sowas wie 20 Kilohertz, also 20.000 Hertz, ist so ungefähr das Maximum von dem, was man hören kann. Wenn man gute Ohren hat, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Ja, und wenn wir das jetzt nochmal übertragen, dann müsste unsere F0, also unsere Sample Rate, 40 Kilohertz sein. So, und jetzt denkt ihr bitte nochmal ganz kurz daran, was häufig Standard ist. Wir kennen 48.000 Kilohertz, wir kennen 44.000 Kilohertz oder 44.100 Kilohertz und das sind so die beiden häufigsten Sample Rates, die man so überhaupt kennenlernt. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal im Zweifel seid, wollt ihr vielleicht 48.000 Kilohertz oder wollt ihr 44.000 Kilohertz, völlig egal, wir hören es höchstwahrscheinlich sowieso nicht mehr. So, das heißt, das ist quasi über dem, also wenn wir mehr als 40.000 Kilohertz nehmen, ist es quasi drüber über dem, was wir überhaupt wahrnehmen können. Frequenzen, die dann halt höher sind als 20.000 Kilohertz, die gehen verloren und die fallen dann raus. Aber das macht eigentlich auch nichts, weil wie gesagt, wir können sie eh nicht hören. So, und bei der Tiefe, da muss man nichts beachten, die Tiefe ist da automatisch drin enkodiert. Die Tiefe, da kommt es ja im Endeffekt nur beim Samplen darauf an, dass wir wirklich immer einen passenden Bin dafür finden. Okay, das heißt, wenn wir mit mehr als 40.000 Kilohertz samplen, dann ist alles wunderbar. Wie sieht es denn aber jetzt zum Beispiel bei Bildern aus? Naja, bei Bildern haben wir gesagt, Bilder sind gesampelt in Pixeln. Und hier kommt es eigentlich weniger auf unsere Augen an, sondern mehr auf unsere Bildschirme, weil Bildschirme können auch nur eine gewisse Art darstellen. Also ich meine, unsere Boxen können relativ gut Ton darstellen auf allen möglichen Frequenzen. Und das wisst ihr selber, man kann auch sehr, sehr hohe Töne erzeugen, die man aber vielleicht nicht mal mehr hören kann. So, Boxen sind aber auch irgendwo begrenzt. Unsere Bildschirme sind aber die härtere Begrenzung, was die Bild-Sample-Rate sozusagen angeht. Also die Pixel, die wir überhaupt sehen können. Das heißt, mein Bildschirm hier zum Beispiel, der hat 4K, der kann, oder 3840 mal 2160 Pixel, der kann einfach nicht mehr darstellen als diese 3800 bla 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 mal 2100 Pixel. Und ja, dementsprechend kann ich auch ein Bild nicht höher skalieren. Das heißt, das Bild hier, das seht ihr absolut klar. Da seht ihr keine Probleme drin, weil es auch nur ein kleiner Ausschnitt ist. Und man sieht kein Aliasing, weil es einfach klein genug ist. Es ist quasi scharf, weil es so klein ist. So, wenn ich jetzt ranzoome, dann fängt man an Aliasing zu sehen. Und wenn ich noch mehr ranzoome, dann wird das Aliasing unaushaltbar. Selbst mit Anti-Aliasing-Effekten, wie hier diesen Verschmieren. Aber trotzdem wird es einfach absolut unaushaltbar, wenn ich so starke Dinger da dran packe. Und ja, dementsprechend ist das Shannon-Theorem hier auf unsere Bildschirme anzuwenden. Wobei man das da eigentlich gar nicht so direkt anwendet, weil es wird ja nicht in dem Sinne gesampelt, sondern eigentlich wird es so, naja, einfach nur 1 zu 1 übertragen. Es wird hier bei Stichpunkten übertragen. Das heißt, bei Bildern funktioniert das nicht so ganz, aber wir haben ja auch die Pixel, die hier unsere Begrenzung sind. Gut, und ja, nächstes Mal wollen wir uns eine Variante angucken, wie man Supersampling macht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.